Brauchst du die AP20? Ne, brauchst du welche? Ich stopp sie hier. Ich stopp sie sich. Ich stopp sie sich. Mann, Alter, ich kann nicht mal richtig quatschen. Hallo Menschen und herzlich willkommen. Euer Senseless Survivor wieder hier mit dem dritten Teil der Patchworks. Ja, und eigentlich wollte ich noch ein drittes Mal das gleiche Intro nehmen, um euch richtig auf den Sack zu gehen. Aber dann dachte ich mir, ne, lass es lieber. Übertreibs nicht den Spaß. Da, jetzt das neue Intro. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich finde es wieder sehr gut, muss ich sagen. Und ja, ist mein Kind sozusagen. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Lasst mir gerne ab oder like, da werde ich mich riesig freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Bis dahin. Treff rechts. Du sehn nicht. Oh. Auf mich. Ich bin vorletzt. Oh, Alter. Das sind zwei, Alter. Leck mich am Arsch. Bist du tot? Nö, nö, nö. Ich geh mal hin. Hat mich blutig geschossen und der Arm ist weg. Der Hund. Ich hab geziel. Achter. Alter, bin ich denn blöd? Jetzt reicht's hier. Jetzt störe mich vor. Attacke. Leute, ich bin vorne. Mich nicht abknallen. Ach so. Bist du da mit dem Pilgrim? Nein, da hat keiner Pilgrim. Na klar, hat da einer Pilgrim. Das war eben mit dem Pilgrim. Das war eben mit dem Pilgrim. Alter Matze, das war glatt. Ich hab gerade eine Granate hierhin geschossen. Wer schießt hier? Ich? Auf dem Scaff. Echt? Die Granate hab ich nicht mitgekriegt. Ist schon wieder chaotisch. Ja, ja. Ähm. Wer will denn den Pilgrim? Wo ist denn der Hund? Ja. Oh, was hab ich hier gefunden? Wo ist denn der Hund? Ähm. Weapon-Safe-Key hab ich hier, Leute. Wo ist denn der Hund? Hallo? Hä? Ich brauch den nicht. Hä? Hast du den Scaff oder was? Ja. Ich bin beim Ritual-Space. Ja. Ach, Ritual. Ach, hier ist der Ritualplatz. Genau, Ritual. Ich hab mir immer gedacht, Alter. Braucht noch jemand ein Ritualset? Ähm. Nimm's doch mit. Hast du's? Ja. Okay. Kannst du doch haben. Dann packst du hier einen Scaff rein. Dann würd ich's nehmen. Ja. Ich hör dich irgendwie. Nehm' da rum. Scaff? Du liegt'n Scaff? Ich hab' mich nicht klargemacht. Du Augen bist da. Ey, da schmeißt jemand. Ah! Ja. Nein! Nein! Alter, leck mich doch am Arsch! Irgendwie läuft der. Ich kann nichts machen. Hier hinter der Pommesbute. Wie ich einfach mit dieser Drecksknarre nicht treffe, ey! Ich hab' mich an der Karte. Hahaha! Benji wieder, Alter. Ich weiß nicht, wo er hingerannt ist. Alter, du warst ja einen halben Meter daneben. Da muss ich auch mal zugucken. Alter! Jetzt stirb' doch! Ey, Beule, ich seh' dich schon am Dreck liegen, Alter. Hahaha! Ist er jetzt tot, oder nicht? Ja, er ist tot. Ich hab' mir sein Zeug mal weggeschmissen. Wo war Klaus das hier vorne, oder? Ja, das ist er. Das musst du wissen, wenn der Leimert passt. Du hast vielleicht auch einen Spieler gerade seinen Loot weggeschleppt. Hahaha! Kann sein! Ich bin auf der Rückseite jetzt. Achso, auf der Rückseite. Also, Richtung, Richtung Tankstelle. Ja, ich komm' hinterher. Oh! So, was schießt? Matze? Ja. Sag was! Ne, ich nicht. Ich war das nicht. Das war... Na! Bist du das? Ne, schieß, schieß den Hund! Der ist nach vorne! Ja! Ja! Ja, hast du? Sauber, Matze! Sauber! Hast du? Ich hoff's, ja. Ich hoff's, hoff's. Ja, ich hab' schon gut gehittet. Ja, sag' kein Mox mehr, Alter. Oh, die, äh, die, äh, MP 153 würd' ich mir nehmen. Oder brauchst du die? Ich würd' sie tauschen, aber, ne, kannst du nehmen. Ist, ist, ist egal. Nimm die. Ich werde drüber springen, ey. Oh, da drüben war einer! Da drüben! Hinter dem Zaun war einer! Ich bin hinter dem Zaun jetzt! Ne, hinten am Waggon, der umgestürzt ist. Shit. Ich bin schon drüber gehüft. Ah, ja, ja, hast du den? Hä, der steht dort und isst und ich schieß ihn in den Kopf. Das ist bestimmt ein Steff. Ich spring drüber. Mann ey, 60 Schuss für dieses Arschloch! Ich bin hinter dir, Beute. Ne, ich hab'n. Aber, ey, der stand dort einfach und hat gegessen. Spieler, oder was? Ja, ich hab' trotzdem 60 Schuss gebraucht. Ey, die Rüstung komplett runtergeschossen. Ja, ich komm' hinterher, alles gut. Komm da, ey. Ich schuppe mich. Wer schuppt mich denn hier? Ich, ich? Hab' ich dich wirklich geschuppt? Hast du's gemerkt? Ja, ja. Okay. Hier kann man doch drüber springen, oder? Ich hab's noch weh. Bist voll im Moment schon. Ja, hier ist einer im Container. Wer ist hier im Container? Ja, ich! Boah, Klausi! Ja, Benji, du bist oben im Dings, ja? Ich glaub' ja. Ja, okay. Ich hab' nicht gesehen, wie ich da reingerannt bin. Nein! Leute, man muss jetzt nicht alles antarmen. Naja, doch! Ich hätt' jetzt fast auf ihn geschossen. Ich dachte, hier ist halt ein Spieler drin. Achso. Ja, du musst auch mal auf deine Umgebung ein bisschen achten. Es war ja auch ein Spieler drin. Hä? Pass auf, ich hab' den Scaff erschossen und bin direkt auf ihn losgelaufen. Das heißt, ja, als ich auf den Scaff geschossen hab, musst du ja schon im Container gewesen sein. Nee, 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 nee. Ich hab's sogar gesehen, wie er reingerannt ist. Hier ist ein Spieler drin, hier ist ein Spieler drin. Ey, hier ist einer im Container, Alter! Ist einer im Container?! Ich knall ihn ab! Ich bin direkt auf den Scaff zugelaufen, Alter! Merkt ihr das, Leute? Die machen sich lustig über mich. Habt ihr den Klaus reinrennen sehen? Schreibt mal. Habt ihr den Klaus reinrennen sehen? Never ever. Schleck dir mal ein paar coole Schlüssel hier an den Küken. Warte mal, dann rate ich hier nochmal schnell nach. Brauchst du die AP20? Nee, brauchst du welche. Ich stopfe sie hier. Ich stopfe sie. Ich stopfe sie. Mann, Alter, ich kann nicht mal richtig quatschen. Ich stopfe sie ihm wieder rein, wollte ich sagen. Machst du den nach vorne tot. Granate. Da ist noch einer. Töten. Casey, herrlich, dass du da bist. Herzlich willkommen, wollte ich eigentlich sagen. Aber auch herrlich, dass du da bist. Ich gehe im Bench, ich soll es. Ich springe hier. Wie der letzte Mal. Ich bin bei dir im Haus, oder bei dir am Haus. Okay. Ich habe ihn erwischt, Bier, ein Bier. Oh, ihr schießt bei mir? Ich habe mal ein bisschen durchs Holz geschossen. Nicht, dass einer hier hinten auf den Fässern sitzt. Die hocken manchmal auf dem Fass und warten, dass du in die Ecke kommst. Thema Fass, ist das vielleicht ein Fass, was ich brauche? Nee, ja. Das Fass steht hier. Alter, das kannst du nicht mitnehmen, Alter. Ich muss doch Fasser markieren. Nee, hier in der Bude. Das ist so ein grünes Metallfass. Aber die Fässer müssen wir markieren. Da müssen wir ja hin. Ja, aber wo war denn das? Also, wir können doch erstmal raus. Ich weiß, nee, nee. Oh Gott. Beutel, ich bin sofort am Durchbruch. Wartest du, du warst am Boot, ne? Ja, ich war am Boot, ja. Ich bin jetzt beim Schweinetraktor gleich. Klaus, du musst das nicht explizit für mich sagen, sondern für uns. Doch, die anderen sehen ja, wo ich hingehe. Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich war hinten am Arsch der Welt. Ich bin auch am Durchbruch, Leute. Ich fand es sehr gut, dass du es angesagt hast, Klaus. Dann konnte ich mir ein Bild machen. Ich bin durch, im Durchbruch durch, Klaus. Seid ihr alle schon durch? Ich bin jetzt hinter dir. Auto steht vorne. Ich renne mal rüber zum Matschens Haus. Benji, bist du im Benji's Haus? Ja. Okay. Ich bin bei Matschem Haus drin, ne? Benji, ich bin unten bei dir drin. Ich bin außen auf dem Wagen. Du hast ja noch nicht mal Fotos von Beutels Mutter an der Wand. Ich bin auf dem Dach, bei Matschem Haus. Hast du das Bild? Der, Herr Benji, Alter. Aber ich glaube, langsam, was wir aufhören. Zu viele Beutelwitze sind nicht gut für den Beutel, glaube ich. Ja, wir kommen jetzt hoch. Falsche Tür. Wir kommen hoch, Beutel. Jo, pass auf, Benji steht im Gang, ne? Ja, hab schon gesehen. Ich laufe ganz hinten durch. Granaten. Nein! Wo? Matze? Bei mir vorne an der Treppe, wo wir hochkranzen. Ihr Bartet oder was? Bartet ruhig. Nee, nee. Sehste? Die laufen hier unten. Unter mir. Hier, komm doch hoch. Hier, 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 hier. Dem hab ich in die Fresse geschossen. Hä? Bei mir ist einer vorbeigeflogen. Ja, ich bin vorbeigerannt bei dir. Du bist geflogen, Alter. Wer hat den Laser? Wer hat den Laser? Wer läuft auf Holz? Ich. Also hier in der hängenden Brücke, hier rechts von uns, ist was, ne? Okay. Er ist durchgehandt. Wer rennt? Alter, da ist ein Cheater. Ja, ja, Cheater. Wo ist der? Im Büro, im Gang oben. Ja. Wenn der Keter von euch jetzt tot ist, hab ich ihn erwischt. Fort Kona, du Wichser, den report ich. Der konnte einfach, der hat ihn überhaupt nicht angelegt. Ja. Und hat, er hat nicht aus der Hüfte geschossen, sondern hat einfach so. Suspect Cheat Use. So ein Arschloch, ey. Ihr lebt noch. Ja. Nee. Also ich bin tot. Äh, ihr seid tot, sorry. Ich mein, da hab ich den richtigen erwischt, jetzt mein ich. Alles gut. Aber zwei Magazinen regnen erst mal. Rennt schon vor an die andere Treppe. Ich komm mit. Pistolen, Michael. Irgendwo? Bist du hin, Michael. Ich komme. Ich krieche durch den Gang. Ihr habt schon die Tür aufgetreten. Danke. Okay, ich hab meinen Gegenstand. Das ist Sinn am Bunker spawnen, wo geschossen wird, ne? Matze, hast du deine Ausgänge alle? Ja, ja, ich hab das alles. Du musst doch noch den Brief abholen, oder? Ey! Sorry. Mensch, meins Kind, das kann doch schon wieder nicht wahr sein hier. Was ist los? Mach das Uhr da. Da schießt ja schon wieder einen Schlipper weg. Ich dachte, da kommt einer hoch und da ist der Normans. Alter, ich sage noch, ich gehe hinten an die Treppe. Warte, hier rennt einer. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.